Kommt, kommt, nehmt Platz auf DKs Rücken, so wie es Cranky tut. Wir spielen weiter Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Fiesta, Ka-Wumm, lautet der Titel des nächsten Levels. Und da habe ich so ein paar Erinnerungen dran. Ich glaube, das war von der Schwierigkeit her ganz okay. Und stellt tatsächlich mal so eine Art Abwechslung für diese Welt dar. Ja, ich hoffe aber, dass noch ein Abschnitt kommt, wo man in Wasser eintauchen kann. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, scheiße. Weil ich nämlich vergessen habe, euch was ganz Bestimmtes zu zeigen. Oh, okay, verstehe. Hier bricht alles auseinander. Wow, holy shit, war das knapp. Ich hoffe jetzt halt, dass in den Kisten, die ich da gerade versemmelt habe, dass da nichts Wichtiges drin war. Sonst fehlt uns natürlich jetzt direkt zum Beginn das erste Puzzleteil, nee, was nicht so geil wäre. Achso, wir brauchen so eine Bombe. Ah. Da habe ich ja jetzt lange gebraucht, um da drauf zu kommen. Auch schön, die ganzen Muscheln und das ganze Kalkzeugs an den Wänden. Oh, so einfach ist das vielleicht doch nicht, wie ich dachte. Ich glaube, wir werden hier doch gut auf Trab gehalten und da oben ist ein Geheimgang. Das sehe ich jetzt schon. Wahrscheinlich ein Bonus. Warte mal. Erstmal die Münze und dann rauf mit dir. Boah. Hätte ich keinen Cranky, wäre das jetzt schon ziemlich schwierig gewesen. Also, zumindest wenn wir mit Didi unterwegs gewesen wären, Dixi müsste das auch noch schaffen. Ansonsten hätten wir halt den Kopf des Gegners nutzen müssen, ne? Okay. Hat auch so gepasst, gepasst. Wie viel Puzzletzelle gibt's? Sieben? Ich tippe auf sieben. Ja, sieben. Ja, dann hoffen wir mal stark, dass das wirklich das erste ist, ne? Oh, was ist denn das für eine Apparatur hier? Was soll denn das? Ich verstehe gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, warum die Gegner das machen. Wollen die da Melonen pressen oder was schluss? Komm, wir nehmen jetzt mal den Didi. Den habe ich lange nicht mehr richtig benutzt und ich finde, es ist mal wieder an der Zeit. Okay, das Puzzleteil war geschenkt. Nett. Dankeschön. Wie viele Pinguine, die hier einfach am Start sind. Ja, hier müssen wir kurz warten. Und was sind denn das eigentlich für Tiere, die da die ganze Zeit herumhopsen? Hamster? Weil Hasen sind's keine. Oder? Ich kann es nicht so richtig deuten. Auf jeden Fall fiese Vekinger. Das ist schmackbar. Dann brauchen wir hier nichts. Das ist echt? Glaube ich nicht. Gib mal eine Bombe her. Ja, sie ist eh. Die war doch klar. Oh. Das kleppt wohl ein bisschen, ne? Oder soll das so sein? Wie auch immer, ich werde bestimmt nicht zerstampft. Aus mir bekommt ihr auch gar nicht so viel Saft raus. Glaubt mir. What the hell? Okay. Kurz warten, dann weiter. Und das lassen wir mal bleiben, ja? Nicht mit mir. Ah, du Drecksack. Egalisiert. Und next checkpoint. Oh, hier auch cool. Diese, diese Tentakel-Stalak-Titen. Ja. Es ist irgendwie dasselbe. Ich kann es mir eigentlich nicht wirklich merken. Ist es I-Made-Seelbe? Oh, hätte ich jetzt das Zeug ansammeln? Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, in dem Level werden wir auch irgendwas verpassen und nachholen müssen. Das ist schon ziemlich tricky, hier alles zu bekommen. Oh, man muss auch genau gucken, was sich im Hintergrund abspielt und was im Vordergrund ist. Nicht, dass man mal glaubt, irgendwo stehen zu können. Obwohl das nicht geht, weil es im Background zu sehen war. So, und hier will ich jetzt kurz mal verweilen wollen. Nein. Ich habe spekuliert, dass da vielleicht ein Puzzleteil noch kommt, aber nope. Nix. Geh die Münzen einsammeln, meinst du? Meinst du? Hm. Tatsächlich. Okay. Von jetzt nach oben? Zwingend? Oder ist da rechts noch was? Ne, ich glaube, ich gehe nach oben. War eine gute Entscheidung. Danke für die Coins. Nette Spende. Aber das Level habe ich wirklich unterschätzt. Ich dachte, das wäre chilliger. Von wegen. Ich bin hier sehr angespannt. Und das glaube ich auch zurecht. Gehen wir mal rüber zu Dixi, dann haben wir in dem Level alle gesehen. Weg mit dir, ein ekliger Sniper. Fallgesau. Puzzleteil? Ja, in Form eines Bonus. Ich finde es schön, dass hier alles so aufeinander abfolgt. Also, du findest ständig irgendwas Relevantes, das mag ich. Ich mag das immer nicht, wenn man ein Level spielt und dann kommt mal ein Puzzleteil dann ewig keins, dann zwei auf einmal, so mehr oder weniger, wieder ewig keins und gegen Ende dann noch eins. Ich habe das echt viel lieber, wenn die immer in regelmäßigen Abständen kommen. Und das Gefühl habe ich, dass das hier so ist. Wie schaut es mit K.O.N.G. aus? Ah ja, fehlt nur noch das G. Dann haben wir es ja gleich geschafft. Irgendwas Fieses wird bestimmt noch auf mich zukommen, ne? Ja, der Quatsch beispielsweise. Nein, da klebt das G. Oh, ich hab's aber, ich hab's aber. Das war ja assi. Was sind das für Viecher? Diese Typen, die ich da gerade gekillt habe. Hey, ich brauche die Bombe. Gib mal her, du. Fake Pirat. Möchte gern Pirat. Yes. Eins noch. Come on. Schaffst du. Das ist aber auch brutal as hell. Und das war ganz schlecht getimed. Hä, wie soll ich das überhaupt machen? Was? What the fuck? Was bist'n du für'n Oshie? Wow. Sack weggesprengt. Kommt da jetzt noch was oder nicht? Was ist das hier für'n Quatsch? Was ist das hier für'n Quatsch? Boah! Ich dachte, ich sterbe, ne? Weil ich wollte eigentlich dem so'ne Bombe auffangen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist da noch irgendwas, wo ich das Ding dagegen schmeißen muss. Aber nein! Das hätte alles weggesprengt. Das heißt, uns fehlt wirklich eins. Naja gut, okay. Aber hat Spaß gemacht. Und es kommt tatsächlich noch ein Level. Ich dachte, es wäre schon Boss-Time. Aber nein! Doch, es ist nicht vorbei. Really? Das ist so lächerlich. Ohne Scheiß. Das ist eines der lächerlichsten Puzzleteile aller Zeiten. Von diesem ganzen Game. Äh. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es sich im letzten Block ganz... Oder im vorletzten Block ganz rechts befindet. Ey! Naja, okay. Wie auch immer. Jetzt haben wir's. Und es geht weiter mit Coralli Galli. Oh, Halligalli. Zirkus Halligalli. Läuft ja gar nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht warum. Lief wohl nicht mehr so, ne? Naja. Fernsehen halt! Was war das denn hier? Worum geht's denn da? Ja. Hab grad keine Ahnung. Gucken wir da ins Wasser? Ah, sehr schön. Ja, ich hätte es jetzt halt lieber gehabt, dass wir, äh... wie soll ich sagen, dass der Wasserspiegel näher am Ufer ist. Ich will euch nämlich noch eine Ability zeigen, die man, glaub ich, mit jedem Kong nutzen kann. Aber... Ja, wenn das jetzt nicht mehr... funktioniert, mit einem kommenden Level, dann geh ich halt kurz rein um 4-1 und zeig's euch da. Konzentrieren wir uns jetzt einmal auf das, was kommt, weil an dieses Level kann ich mich null erinnern. Was ist das denn? Es spielt sich wieder komplett unter Wasser ab. Und wir treffen auf Maschinerie. Einmal mehr. Diesmal vielleicht ein versunkenes... ...Boot oder so. Uuuutsch! Das tut weh! Ich wär mal stark dafür, hier alles einzusammeln, auch wenn es... sehr schwierig ist. Ja, ja, ja. Das wird belohnt. War ja klar. Und jetzt schnell weiter. Mit dem Turbo. Dixi, ich brauch dich. Steht mir bloß nicht weg hier. Oder komm, ich hol mal ein paar Herzen hier. Komm. Geh gönnt. Wow! Und zack! Und zack! Ich glaub, hier alles einzusammeln macht keinen Sinn, weil die Bananen, äh... wie es scheint... immer wieder kommen. Also, das ist ein unendlicher Vorrat. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Deswegen zieh ich weiter. Und vermeide den Kontakt mit... diesem... Ungeziefer. so... keine Ahnung, was das ist. Vermutlich... irgendein Gras, was Verbrennungen hinzufügen kann. Ja, die Unterwasserwelt ist, wie wir alle wissen, ja nicht nur schön, sondern auch sehr gefährlich. Und jetzt kann ich euch zeigen, was ich meinte. Habt ihr das gesehen? Wir können wie Kitty Kong in Donkey Kong Country 3 über das Wasser springen. Oder übers Wasser rollen. Dazu einfach nichts drücken. Nur rollen, rollen, rollen. Und kein A. Kein gar nichts. Einfach nur rollen. So, das wollte ich euch noch zeigen. Leider kann man das aber so gut wie nie wirklich verwenden in diesem Spiel. Dennoch ganz nett. So, und ich glaube, an dieses Puzzletail kommt man tatsächlich nur mit Dixie Kong ran, oder? Wäre das noch anders möglich gewesen? Sieht schwer aus. Warum steigen wir nicht einfach auf dieses Wikinger Schiff und fahren davon? Frage ich mich an der Stelle. Weil die Mission des Spiels ist ja... von dieser Mangrooven Insel... oder Mangrooven Insel? Vielmehr... ähm... zur Donkey Kong Insel zurückzukehren. Weil die gerade von den Vikingern erobert wird. Und wir könnten uns einiges ersparen, wenn wir uns einfach nur ein Schiff schnappen... und ja... zur DK Insel fahren. Ganz einfach. Kannst du hier eigentlich rein? Nein? Schade. Und von der anderen Seite? Nur so zur Sicherheit. Wir haben ja genug Luft. Nö. Oh, warte mal! Geht's hier nicht runter? Ach ne, es sah so aus. Nämlich Puzzleteil Nummer 4. Komm, gib mir Luft. Da rechts geht's weiter. Also schauen wir erstmal da links vorbei. Okay, ne Zwannee-Banane. Das sind Seeigel, du. Oder sollen das überhaupt Seeigel darstellen? Diese Klumpen? Das ist ein relativ untypisches Design. Ich glaube, das ist sogar was anderes. Aber frag mich nicht was. Warte mal, hier ist erst das O und wir haben schon 4 von 5 Puzzleteile? Ich glaube, das gab's auch noch nie. Dieses Level hier ist übrigens eins, was sich sehr klassisch anfühlt. Also, wenn ich das so spiele, erinnert mich das total an die Wasserlevel von Donkey Kong Country 1 auf dem SNS. Das hat ein sehr, sehr klassisches Design. Ich glaube, das ist auch gewollt so. Er ist recht mit der Mucke im Hintergrund. Es passt auf alle Fälle. Oh, jetzt haben wir aber Schwierigkeiten mit dem Sauerstoff. Beeilung! Autsch! Sauerstoff! Okay. So, mal gucken. Nichts verpassen hier. Das ist ja cool, wie wir hier verschiedene Punkte aktivieren müssen, um weiterzukommen. Also, es ist eigentlich nicht wirklich wieder ein U-Boot, sondern erneut irgendwas Futuristisches. Crap. Ich vermute ein weiteres Raumschiff vielleicht. Geht's nicht noch weiter runter? Okay. Wo ist das letzte Puzzleteil? Das heben sie sich jetzt bis ganz zum Schluss auf, oder? Würde mich jedenfalls nicht wundern. Guck mal her, Didi. Du bist dran. Wobei Cranky sich eigentlich auch gelohnt hätte, denke ich. Der kann vielleicht sogar diese Feuerranken zerstören. Ach, da! Da ist was! Oh! Im letzten Moment noch gesehen. Oh nein, mein Hassbonus. Schade, dass die Wasserwelt jetzt ihr Ende findet. Die war halt auch schon richtig geil, ne? Muss man echt sagen. Also, ich bleibe auch nach dem zweiten 100% Spielen bei der Meinung, die ersten vier Welten sind gigantisch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich meine Meinung zur fünften Welt ändert. Das ist nämlich für mich die... Ja, die schlechteste... Wirklich schlechtes Nichts in dem Spiel, aber... Es gibt einige Dinge, die mich etwas stören. Das werde ich euch dann auch erklären. Okay. Ja, lass mich durch. Oh, die Schwimmbewegungen. Habe ich da überhaupt schon mal drüber gesprochen? Ich finde das so geil animiert. Sieht so gut aus. Ich mag das! Was geht denn jetzt ab? Okay. Zum Glück brauchen wir keine Puzzleteile mehr. Deshalb kann ich hier durchrushen. Das G brauchen wir aber noch. Habe ich? Ah! Ja! Zustell ist halt auch nicht gut. Alter! Ja, wir sind durch. Turbomode! Yes! Ihr schafft's! Ja, jetzt haben wir wieder mal die Wahl. Boss oder K-Level. Und da ich nicht weiß, was das für ein K-Level ist. Und ich jetzt auch keine krasse Überlänge... ...haben möchte. Machen wir erst den Boss, obwohl auch der Fail-Potential besitzt. Denn das Einzige, was noch fahrhaster ist beim Mainstream als Unterwasser-Level, sind Unterwasser-Bosse. Und das kann ich schon eher nachvollziehen. Die sind nämlich fast immer eklig. Und so ist das auch hier. Ja! Ich bleib mal bei Didi, obwohl ich glaube, dass Cranky besser ist. Deutlich besser. Aber schauen wir mal, ob wir es vielleicht auch mit DK und Didi schaffen. Ein gigantischer Kugelfisch! Oh mein Gott! Der legt ja gleich richtig los! Oh mein Gott! Ist das fies! Denn ich denke, ich muss euch nicht erklären, dass wir die Wände nicht berühren dürfen. Da sind Einsiedler-Krebse, die es auf uns abgesehen haben, weil sie zum Kugelfisch halten. Vermutlich aus Angst, weil eigentlich sehen die Einsiedler-Krebse jetzt gar nicht so böse aus. Ich glaube eher, dass der Kugelfisch sie unter Druck setzt. Denn bekanntermaßen sind Kugelfische giftig und können auch sehr aggressiv werden. Aber sie gelten auch als Delikatesse. Wenn richtig zubereitet. Die Japaner sollen da glaube ich relativ gut drin sein. Aber ich denke nicht, dass ich das Risiko eingehen würde. Weil wenn du einen vergifteten Kugelfisch isst, ich glaube, dann stirbst du. Also jedenfalls ist es dann nicht ganz so easy, dich zu reviven. Und das ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Auch wenn das eine Delikatesse sein soll. Ich würde das Risiko nicht eingehen. So, die Luft ist raus. An seinem ungebräunten Arsch ist er verletzlich. Also da immer schön drauf zusteuern. Dann sollte das ein Kinderspiel sein. Ich kann jetzt nur irgendwie nicht einschätzen, wie viele Leben wir schon abgezogen haben. Weil ich nicht weiß, ob die Treffer mit den kleineren Kugelfischen schon als Lebensabzug gilt oder nicht. Jedenfalls erreicht er jetzt eine neue Phase. Ich glaube, das ist schon die letzte, oder? Weil er sieht sehr, sehr rötlich aus. Dementsprechend sehr aggressiv. Und bis jetzt machen wir das sehr gut. Kein Gegentreffer. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss vor dem Boss, aber es ist noch lange nicht geschafft. Oh ja. Was machst du denn? Ich brauche Luft. Hallo? Ach, da drüben. Junge, hast du dich jetzt mal eingekriegt? Ganz vorsichtig sein. Didi war vielleicht doch nicht so eine schlechte Entscheidung. Also der Turbo, den wir mit ihm zünden können hier, der ist schon sehr wertvoll. Was nun? Oh! Damn! Gib ihm, gib ihm! Oh, Vorsicht, da löst sich ein bisschen was. Komm her, Mann! Lackaffe! Ich zieh dir den letzten Saft raus. Und die letzten Stachel. Oh, oh! Er hat neue Stachel parat. Jo, ist klar. Oh, das ist der K.O. Wow, no damage! Kann man schon mal ein Like da lassen, oder? Krass! Yeah! In der nächsten Folge dann also 4K und die fünfte Welt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie mein eigenes Empfinden sein wird. Hier schon mal eine kleine Vorschau. Es ist, ähm, ja wie soll ich das überhaupt beschreiben? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist sehr viel Fauna, es ist sehr viel Fabrik und Eis. Also eigentlich vom Setting her sehr, sehr geil. Und die Welt erzählt auch eine coole Geschichte, aber da komme ich dann das nächste Mal drauf zu sprechen. Allerdings ist es sauschwer und vom Level-Design habe ich einiges im Kopf, was mir nicht so gefallen hat. Also wir gucken mal. Es ist eine interessante, ähm, Saftpressenwelt, sagen wir das mal so. Ach ja, danke fürs zugucken, bis zum nächsten Mal.